Wir machen eine Chili-Challenge und zwar essen wir eine Habanero. Das ist der Joe, unser Kollege. Und das ist ein Habanero, die ist hundertmal schärfer als Tabasco. Und ich würd sagen, du ess, aber ich weiß nicht, Joe, du willst die ganze essen. Aber beiß lieber mal ab und schau wie schade. Ich bin die Rettung mit dem Kakao. Achtung! Drei, zwei, eins... Los, los, los! Los! Nimm den Gang! Ich hab Kakao mehr gebraucht. Ich will das abgehen, das ist so. Du hast ganz auf, ey! Joe, Joe, du bleibst auf dem Bild. Oh, fuck! Nimm den Bein ab. Ja, ja. Da, nimm den Kakao. Die waren kein Kakao mehr. Ich schütte dich als Kakao aus. Wo ist die Rettung gehasst? Rettung! Rettung! Leute! Leute! Die sind die Rettung! Die sind die Rettung! Zeig mal nicht zu mir! Micky! Geht's dir gut, Micky? Alter! Mach so! Alter! Alter! Ach! Ach! Alter! Schaff das ohne will! Der schafft der so neben ihm. Der hat die Zirnchen beschaffen. Der hat die Zirnchen beschaffen. Der hat die Zirnchen beschaffen. Hinter der Kamera ist ein Freund von uns auf. Da ist Silvio. Sag mal Hallo. Hallo. Ok, das war's.